Pro Staffel zum ersten Mal im Don Schuss mit dir. Auf die Fasse, gut, fertig, los. Au! Ich bin jetzt hierher. Ich bin jetzt hierher. Warp-Torx Access Renter. Nächsten Sonntag ab 20.15 Uhr. Jetzt neuer Montag. Sie wissen aber, dass wir unterverdiensten heute Morgen Gäste. Jetzt am Morgen. Und er hat einen Gefäng im Moment. Und er hat einen Gefäng im Moment. Und er hat einen Gefäng im Moment. Sie sind wirklich groß. Scheide Freunde. Die fliegen hier. Sag mal, ich bleibe aus. Hör dir nicht. Hör dir nicht. Ich habe viel Angst in den letzten Jahren vor ihm, vor seinem Bruder. Aber ich habe es nicht geschafft. Was haben wir nicht geschafft? Willst du trennen? Warum bleiben Sie sich trennen? Das geht noch ein bisschen. Ich habe das nicht funktioniert. Ich habe es nicht geschafft. Der ist ein bisschen langer. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Das ist schön, diese ewig Weckerinne. Das dürfte dann ja so die Fluchtspasse gewesen sein. Ihr könnt mich nicht ewig einsperren. Der Bruder kann sich nicht mehr helfen. Das ist ja passiert, dass ihr euch ausgehoben habt, wenn du die Sicherheit zu haben gehst. Der Bruder kann sich niemand mehr helfen. Aber zumindest ihre Schwägerin hat jetzt die Chance auf neues Leben. Caolin!